und wirklich ist die schaltung nicht die haben technik mit bei sag ich doch ja gut dann die stromschaltung und die richtung reaktor und ich bin mit dem die kleine die sich werkzeug schnappt und in die minerin ach das haben wir nicht das haben wir nicht das haben wir nicht ja aber wir haben noch die und ich bin doch gleich in der mine und hab das für euch ich bin fünf und schon groß aber wir haben jetzt vom alter gesprochen nicht von der menge sehr schön die hört man wenigstens ich bin doch auch fünf wenn sie hochkommt gehe ich runter hoffentlich hat das geklappt ist auch fünf blödköpfe ja das jetzt gehe ich weg nein hier ist keiner dritten geh weg ach nee nicht schon wieder ich hab's schon mitgekriegt dass sie über mich redet bei der hand ist es denkbar schlecht sich im schrank zu stecken ja aber nachdem sie jetzt noch keine axt geworfen hat vermute ich und da oben auch schränke waren bin ich einfach mal davon ausgegangen dass sie nicht mitbekommen hat dass ich da unten rein will in welcher richtung geht sie dann sie ist immer noch hier sie geht wieder in das jetzt ist sie wieder da jetzt ist sie da wo jemand ist es also ich glaube sie verfolgt den anderen ja ich zwischenzeitlich auch nicht deswegen schnell im heil das gefällt mir ich würde gerade fast geheilt und dann wieder fast wieder auseinander genommen das ist so super ich mag es mit spieler mit leuten zu spielen die das gleiche skill set haben wie ich auch eine kiste hätte ich kann ich mal meine kistenquests weitermachen vielleicht finde ich ja was sinnvolles wahrscheinlich ist es eine taschenlampe das ist garantiert eine taschenlampe oh nein ein toolset bleibt mal stehen ich stehe mal noch hier ja ja ich denke sie gerade ab sie sollte jetzt aufmerksam geworden sein auf uns denke ich auf mich hoffe ich vielleicht ja ich höre sie so stehe schjamben Ist er jetzt schon wieder verletzt worden oder war er noch verletzt? Wieder. Okay. Wir wollten Chips essen. Ja, wollten wir. Wir wollten Chips essen. Ich hätte gerne auch Chips. Ich hoffe, du hast auch noch einen Fall. Ja, zumindest höre ich sie. Ey, verdammt, ich weiß, dass du hinter mir her bist. Es war mega zu weit, Mann. Ja, gut, dann. Wenn man dich nicht heilen soll, dann heilt ich nicht. Aber du machst den ganzen Boden. Ich bin heute so gut. Ich mache hier gerade deine Kunden-Challenge-Trenntrad hier weg. Ja, dummerweise mache ich dir die Fail-Challenge. Nein! Alter! Gibt's doch nicht, wenn ich voll rein in den Flütt. Die Gruppe sind wieder hier. Ja, da kommt sie. Okay, sie hat mich ab. Wie? Verdammt. Ja, wahrscheinlich hat sie eine Axt geworfen. Ah, der alte Haken, den kenne ich. Das ist meiner. Ja, ich bleibe hier hängen. Surprisingly. Das ist der Zingy. Toku. Natürlich wieder nicht. Doch, die Richtung. Na ja, dann. Ja, deswegen hat es mich gewundert, sie hat mich geschlagen. Aber das war irgendwie, bei mir war ich schon weit, weit hinter der Dings hinaus. Das war so strange. Als hätte sie einen verlängerten Arm des Gesetzes, äh, Axtes. Ah, sie macht auch angenehme Gruppen schlägt. Das war ein Axtwurf. Sie hat eine Axt, es reicht. Ja, offensichtlich. Das war doch meine Haken. Ja, das war meine Haken. Oh, oh, oh. Ok das war ja sehr sinnvoll dass sie sich noch schlagen lassen hat ja und mit dem Kontrollverfahren schon ganz gut nötig sie hat mich doch nicht gefunden du schaffst es krabbel die freiheit für uns alle dann kannst du mir mal die lukenzen es ist noch mehr und sicherlich er kann ich ja nicht rumkrabbeln aber ich glaube der Kinder hat auch einfach die Klinik gesucht das ist ein kommentierer Klamotten und dann kann ich aber hier lieb bleiben ja noch mal draufhauen, alles klar ich war das mit sinnloser Gewalt im Kanal ab 18 noch mal extra auf die Leute draufhauen, die am Haken hängen sinnlos Gewalt